Deutsch lernen durch Hören Panne am Auto An manchen Tagen funktioniert alles so wie geplant. Aber an einigen Tagen geht wirklich alles schief. Eigentlich wollte Lisa zusammen mit ihrem besten Freund Paul einen Ausflug zum See machen. Das Wetter war sehr schön und die beiden Freunde wollten baden gehen. Mit dem Auto fahren sie durch den Wald. Plötzlich geht der Motor aus und das Auto fährt nicht weiter. Sie haben eine Panne. Sie versuchen das Auto zu reparieren, doch es funktioniert nicht. Der Motor startet nicht mehr. Paul versucht, seinen Freund Markus anzurufen. Der kennt sich gut mit Autos aus und kann ihnen vielleicht helfen. Doch der Handyempfang im Wald ist zu schlecht. Was für eine doofe Situation. Die beiden Freunde setzen sich an den Straßenrand und warten. Nach einiger Zeit kommt ein anderes Auto die Straße entlang gefahren. Der Fahrer Felix sieht das Auto von Paul und Lisa am Straßenrand stehen und hält an. Lisa erzählt ihm von der Panne. Felix repariert in seiner Freizeit gerne Autos. Er schafft es, das Auto wieder zu starten. Lisa und Paul sind begeistert. Es hat tatsächlich funktioniert. Die Fahrt kann weitergehen. Wir wollen eigentlich zum See fahren und baden gehen. Willst du mitkommen? Fragt Lisa Felix. Er nickt. Sehr gern. Ich habe bisher noch nichts anderes vor. Alle drei fahren zusammen zum Badesee. Dort gehen sie schwimmen und ruhen sich am Strand aus. Das war wirklich ein Abenteuer. Aber durch die Panne haben Lisa und Paul auch einen neuen Freund gefunden. Deutsch lernen durch Hören. Untertitelung des ZDF für funk, 2017